Letztes Jahr hatten wir den Einhorn-Pups, dieses Jahr haben wir das Dancing Alpaka, 9,99 Euro. Wir haben es jetzt im Hit gekauft, wird in Deutschland durch Veko vertrieben, im Original hergestellt von Bougano aus der Schweiz. Wie ihr seht, ist es ein Vulkan, der geht etwa 6 Meter hoch, 50 Sekunden Brenndauer und wird wahrscheinlich bunt sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, die Sign gefällt mir super gut und das schauen wir doch jetzt mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.